so ihr säcke jetzt seid ihr dran also hoffe ich ich bin nicht immer ich bin ja teilzeit optimist deswegen ich bin nicht immer oh gott da ist er ja schon wie hast du mich genannt das war hallo okay alles unter kontrolle jetzt ist sie erledigt ich dachte ich hätte gerade eben irgendwie so die die animation die animation unterbrochen und dann irgendwie noch mal aktiviert verwirrung pur ich dachte da hinten werden erst die nächsten dann bin ich fast auf den kopf von einem typen gesprungen was ist denn da los hallo relax jetzt okay so ist aufgefallen dass ich meine letzten aufnahmen dass ich schon länger keine verabschiedung mehr gemacht habe ich mag es ja nach jeder aufnahme eigentlich immer zu sagen so leute wir sehen uns beim nächsten mal schalala aber ich mache immer so so kurze aufnahmen so 30 minuten aufnahmen irgendwie auch jetzt also ich habe jetzt gerade hier frisch wieder eine angefangen als wir runter gestürmt sind zu den soldaten ich mache das immer so ein bisschen zwischen tür und angel das ist das problem verstehst du oder sind viele aus dem weg doch immer always sehr gut immer schön euch hierzu dezimieren problem ist nur dass diese straßenbanditen halt einfach immer da sind und ich glaube mittlerweile mal wie war das noch mal was haben wir letztens vor festgestellt die sport neue die sport nicht neu ich mir selbst nicht mehr so sicher wie das noch mal war gegrillter lauch und krustenbrot sehr gut ich nehme alles zum fudern mit ist fuder darf man nicht vernachlässige gellerie so warte mal das war genau unser plan genau wir waren jetzt hier hat der warum habe ich ja ach so genau da war der wünschelbrunnen genau das war so markiert und ich wollte jetzt hier gerade richtung osten richtung flussheim laufen genauso diesen leeren streifen der hier ist mal ein bisschen angucken und nebenbei noch hier auf meine mini map also auf dem kompass genau hier gibt es gerade nichts neues also nichts großes neues zu erkunden sehr gut und da wurde mir noch ein tipp gegeben wohin wir laufen könnten wohin ich laufen könnte und zwar ein tipp von alme gendil vielen dank an dieser stelle also ich glaube es war von dir falls nicht so so nee aber wurde mir vorgeschlagen hey schau mal da gibt es vielleicht ein gefährlichen nebligen turm oder wie auch immer so zum thema hatte bin ich nicht schon mal hier entlang gelaufen zwischen den felsen es kommt mir bekannt vor da müsste der bauernhof sein wo wir ein erinnerungsbuch mal gefunden haben mir nicht mehr ganz sicher du könntest ich weiß noch mal genau von flussheim aus gen süden so schön rpg post wurde deinen comments geschrieben so hey als ich mit meinem fischerboot unterwegs war sah ich eine nebulöse turm ich zeig dir gleich meinen nebulösen turm nein aber das jetzt nicht unbedingt genau guck mal das ist die tür ja perfekt okay dann laufen wir mal um den süden rum im süden über den weg warte mal ich habe hier immer noch viel schrott das fleisch können wir auch mal essen darf ich nicht vergessen das fleisch dieses normale fleisch ist nicht fleisch was man braten kann deswegen das können wir ruhig futtern damit bin ich zwar nicht ganz geheilt aber besser als gar nichts ich heile mich sobald ich merke dass ich anfange zu sterben hier kann ich auch lang gehen und dann richtung richtung osten aber ich glaube ich auf dem landstrich waren wir tatsächlich relativ komplett relativ komplett ja 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 das ist gut warte ich muss mich daran gewöhnen f5 immer schön f5 ja das sieht gut aus ich möchte nämlich einmal richtung osten und wenn wir dann sowieso nach flussheim kommen perfekterweise dann möchte ich direkt von flussheim aus vielleicht sollte ich auch so ein bisschen immer wieder nach links und rechts gucken wegen enderall zeichen und so sobald wir bei flussheim sind eine leige die ist aber ganz schön gamlisch gell sobald wir dort sind dann richtung süden mhm nee warte ist im norden hier noch irgendwas nee keine questmarker sieht nicht so aus ok gut und die andere idee die wir noch hatten beziehungsweise die ich mir so vorgenommen hatte war ja dass wir noch weiter nach osten gehen und die ruinen nachholen die ich noch nicht aufgeräumt habe einmal das und quasi noch mal richtung arg bloß mit einer riesigen portion erkunden na gut dann machen wir halt einfach als nächstes die haupt story aber wir werden das so ein bisschen abwechseln ach warte ist es ist es ist sogar der schatz hier mit dem kargen baum siehst du mal ich gewusst dass wir schon so nah an flussheim dran sind ok als ob ne 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 belasse den marker und zwar hier lang und jetzt hier mal gucken genau jetzt können uns richtung süden bewegen ich werde dann nämlich jetzt hier nach arg ruinen mitnehmen alles aufräumen und wenn wir dann sowieso schon nach arg dann gelaufen sind dann logischerweise gleich die nächste phase die wir dann da machen können nämlich die hammer vogeleier raus suchen ok ja hier war ich schon öfter gehen wir mal nach arg und von arg aus dann an den strand und für hamel vor hamel eier hamel wir brauchen haben für die dinger habt ihr mir auch ein tipp gegeben dass in arg irgendwo irgendein händler rumgammeln soll und bei dem könne man auch eine hammer vogelei kaufen was sehr praktisch ist das wird nämlich genau das eine hammer vogelei wieder ausgleichen was ich bei irgendeinem anderen typen mal verkauft habe dann dann hoffe ich ich werde noch den rest trotzdem noch finden so wir sind hier und ich sollte hier jetzt wo wir gerade sind von flussheim aus richtung süden gucken hatte da drüben das war die questinsel ne genau dies war glimmerstaubhöhle gut ein nebliger turm davon wurde mir erzählt es ist das da der neblige turm lass uns mal dahin ich weiß gar nicht sollte ich auch hier selbst solche kleinen felsspalten untersuchen gehen vielleicht oh auf der karte ich sehe einen bauernhof in der richtung da auf der anderen seite ok genau perfekt dann wenn wir das nächste mal richtung arg reisen ach guck mal und da haben wir sogar auf dem weg nach arg wenn wir reisen gehen und nicht die punkte nachhole haben wir sogar direkt noch ein kopfgeldauftrag perfekt und dann werde ich hier von arg aus hier so lang gehen und da in dem rechten bereich auch alles mitnehmen kummer weil da sieht man auf der karte wieder da ist wieder so ein kleines symbol ich bin es immer noch so krass wenn ich daran denke wie ich das in nerim gemacht habe weil da habe ich wirklich vielleicht drei viermal insgesamt oder fünf mal höchstens von 100 dungeons insgesamt im gesamten nerim let's play du bist schon hinter mir her bitte sei nicht zu stark oh mein gott den schaden gesehen den ich bekommen habe das hier so gebratene beinkeule erstens und zweitens das hat mir noch mal gezeigt ich sollte diesen schild zauber auf jeden fall aufrecht behalten dieses mal haben wir ganz schön viele klugscheißer eine hohe klugscheißer dichte so was wollte ich gerade sagen zu nerim genau da bin ich ja außer 56 dungeons oder so die ich am ende dann nachgeholt habe auch für die nerim zeichen aber auch so einfach mal um rein zu gucken ansonsten habe ich jeden einzelnen dungeon dem ich begegnet bin sofort ausgeräumt das ist echt da habe ich echt nichts an mir vorbeiziehen lassen egal wo ich war ich habe alles eingesammelt und hier habe ich jetzt ein bisschen mehr ausgelassen und so gehört irgendwie startet keine kampfmusik bin verunsichert ob ich dann noch im kampf bin oder nicht vielleicht sterben sie einfach zu schnell so ich weiß auch gar nicht oh das sieht aus wie was selten ist das quecksilber oder so nice habe ich erst letztens gebraucht als ich meinen mittleren rucksack gekraftet habe sie ist der mal sie ist der mal bekommen oh guck mal was ich auf dem kompass sehe da ist ein drachen kopf interessant schauen wir mal was dort sein wird hier so im süden von flussheim da bin ich noch gar nichts aus checkern gegangen deswegen freue ich mich dass gleich noch mehr checkern zu gehen ich rieche ein ende zeichen es ist nicht mehr weit hoffen wir nur dass bei einem drachen kopf auf der karte kein drachen auf mich warten wird weil ich glaube dafür so weißt du frisch in den orden aufgenommen worden geht die kleine sanaa hier wandern einen kleinen wanderausflug machen weißt du so ach guck mal was für ein schönes wetter so ein bisschen nebel macht nichts mein gefühl sagt mir dass da oben irgendwas sein könnte aber das wird schon passen und dann ja weißt du frisch in den orden und schon übernehme ich mich wieder warte du kannst mir bekannt vor ich glaube aber nicht dass ich dich knacken kann schon das wird heute gar nichts oh nein auf auf weg zu junge ok ok das war ganz schön ich kämpfe behindert punkt de hatte mal kurz äh lass mal kurz schauen habe ich hier irgendwas so bei jedem meiner heftigeren schläge dieser kacke elementar ist einfach immer weiter nach hinten ausgewichen und dann habe ich einfach nichts getroffen warte mal habe ich hier zufällig ich habe so wenig schaden gemacht ich muss gleich nochmal testen warte 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 äh resistenz zauber habe ich ne pot resistenz pot ne ich hab nur feuer resi pot habe ich hier irgendein äh zauber pot zauber ja magischer schild aber ich muss ja auch irgendwie kämpfen ich kann nicht einfach nur alles abfangen ok probieren wir das nochmal oh ich weiß nicht ob es das wert ist leute der schaden ist ziemlich igit oh god ne vergiss es ne 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 das ist zu viel ich habe ja noch banditen von nebenan gehört das heißt banditen sind zusätzlich zu diesem elementar auch noch da also äh danke für den tipp dass ich da lang gehen könnte aber spätestens bei dem drachen kopf wird es wohl dann äh ja war nett gemeint aber ich bin aktuell noch mit meinen wurstwaffen da ein bisschen zu sehr am abkacken das ist ich haue sie im prinzip wie mit einer nassen nudel das macht einfach gar nichts einfach patsch 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 und der elementar ah ah du bist witzig und dann kommt noch hinten dran noch irgendwelche anderen soldaten und da ich nicht mit irgendeiner axt oder sowas gehauen wurde gehe ich mal davon aus dass die anderen soldaten da drüben auch noch magier sind also hehehe vergiss es ich komme später wieder keine sorge jetzt da mich jemand darauf aufmerksam gemacht hat werde ich das nicht so leicht vergessen nach diesem stress erstmal ne runde schwimmen gehen darauf erstmal ne karotte aber ich bin grad nicht verletzt also werde ich diese karotte nicht zu mir nehmen wenn ich etwas gelernt habe in enderal dann dass karotten all deine probleme lösen das heißt mit karotten kannst du besser sehen deine haut kriegt einen angenehmeren ton und du kannst dafür sorgen dass die gegner schlechter sehen indem du die karotte in ihr auge hielfe juhu gut wollte grad schon sagen hallo halt dich zurück warte wie viel kann ich tragen muss ich ah ne perfekt easy ich kann auch super viel tragen ich habe erst letztens glaube ich irgendwann mein Inventar aufgeräumt so dann oh ja guck mal da da haben wir die nächsten Punkte genau über dem Myradenturm das ist richtig ich habe mich schon gefragt ob ich noch zuerst zum Myradenturm laufen muss dafür ich glaube nicht alles unter kanterrolle achso warte waren wir schon mal bei ich meine den Myradenturm den kennen wir ja hier schon lange aber waren wir auch mal oben im Turm drin ne so Hashtag Enderal Zeichen und so muss ich mal vielleicht kurz check on gehen guten Morgen Maidan guten Morgen keine Ahnung ob ich jetzt hier oben drin war vorher aber jetzt war ich auf jeden Fall hier drin gut und sonst ist hier nichts ich muss eigentlich bei jedem Zentimeter an dem ich draußen irgendwo an irgendwelchen Stellen vorbeigehe immer gucken warte mal ist hier vielleicht nicht doch irgendwo ein Enderal Zeichen Willkommen im Club der anonymen Enderal Suchtholiker nein nichts ich hoffe ich muss nicht noch genauer gucken als ich jetzt gerade schon tue wenn ich alle finden will dann höchst wahrscheinlich letztens als ich darüber geredet habe hey ja wie viele Enderal Zeichen ich schon gehört habe von anderen wie viele sie gesammelt haben und da haben ja schon einige was davon erzählt und so weiter da hattet ihr mir nochmal ein bisschen was erzählt also in den Kommentaren also wie viele ihr gesammelt habt und ich glaube der höchste bisher den ich gesehen habe hat gesagt mir fehlen noch 22 Enderal Zeichen widme ich mal bei über 200 Stunden Spielzeit also sprich 78 bisher von euch so von meiner Community ne beste Mitarbeiter war so die höchste Zahl die ich jetzt mitbekommen habe 78 Enderal Zeichen das war so das Non plus Ultra das am meisten gesammelte vielleicht hat sich da mittlerweile wieder etwas dran getan mittlerweile wechsle ich ja so ein bisschen mehr ab was wir hier so treiben weiß ich auch nicht ob euch das gefällt weil bisher war ich ja immer so der Ansicht haja machst du so machst du ne Woche das ne Woche das dann ne Woche das und mittlerweile mach ich eher so ja guck mal hier zwei Folgen hiervon eine Folge hiervon bisschen hier mixen bisschen dort mixen und so weiter so warte mal kurz mal speichern wenn ich da runter falle komme ich sonst nicht mehr zurück ist etwas hinter diesem Wasserfall oh warte warte oh ne rote Pflanzen ich wollt grad sagen rote Blumen oder ein Enderal Zeichen alles beschiss guck verarsche hier ich glaub immer noch die eine Person die mir mal gesagt hat dass sie am Anfang der andere Wanderer den ich hier mal getroffen habe der mir gesagt hat dass ein Enderal Zeichen gesichtet wurde gleich relativ am Anfang hinter einem der anderen Wasserfälle ich glaub da hat mich verarscht Leute da hat mich einfach verarscht oh guck mal wie viel ich hier noch nicht erkundet habe ich sehe hier im Norden auch auf der Karte so einige Sachen ich weiß aber nicht ob es auf der anderen Seite von dem Gebirge ist das könnte auch sein so hallo diesen blutigen Ort den hab ich glaub ich auch mal mir näher zu Gemüte geführt oh god das hab ich nicht erwartet hau ab warte Taste ich bin gleich bereit Hör auf zu blocken ich hab sowieso erhöhte kritische Trefferchance mittlerweile gegen blockende Dreckssäcke die blockenden Bastarde was habt ihr davon wann nee hier waren wir schon mal Leute Leute ja doch hier waren wir schon mal guck mal ich kann mich erinnern dass wir das Lager hier mal ausgeräumt haben gut ich hab zuerst vermutet dass vielleicht nur Wildtiere oder so respawn aber das zeigt mir Banditen kommen auch wieder frisch neurein genau hier hier waren wir noch nicht guck hier kannst du sehen Bahnhof ist Bahnhof Warte ich sehe Kampf Auf meinem Kompass. Werden wir mich ja einschenken. Apropos einschenken. Oh, Flussheimer Honigweim. Da, mein Lieblingsschweim. Ich mag Weim sehr. Die Weimarer Republik. Siehste mal, siehste mal. Schneller Themenwechsel. Was habt ihr dazu zu sagen? Weimarer Republik, auf geht's. Nice. Biene im Glas nehme ich mal nicht mit. Brauche ich nicht, will ich nicht. Auch niemand. Bienenstockhülle. Oh, Heilwurzbrei. Oh, das ist neu. Kannte ich das schon? Weiß ich nicht. Glaube ich nicht. So. Guten Tag, guten Tag. So viele Bienen. Oh, nicht nur Bienen. Oh. Ja, bald. Ich dachte jetzt gerade eben kurz. Das Viech wird mich zerfetzen mit seinen Bienen. Es wird sie heraufbeschwören und mich zerstechen. Und ich werde einem Bienengift zugrunde gehen. Nein. Wobei, in Japan? Oder woher kam das nochmal? Ist ja auch Bienengift zum Teil eine Kur. Eine Therapie. Soll gut für alles mögliche sein. Wer weiß. Auch so für Räumer und Gelenkschmerzen und so weiter. Also, wenn ihr Gelenkschmerzen habt, bitte, bitte macht das jetzt nicht, übernehmt das nicht eins zu eins meinen Heilungsvorschlag. Einfach Flussheimer Imkerei. Nice. Scheint aber nicht sehr freundlich zu sein, die Imkerei. Einfach, ne, reingehen, in den Wald, Bienenstock suchen, Arm reinstecken und Sache. Oh. Du drückdrück. Oh yes, baby. Oh. Du Penner. Oh. Zu schnell. Okay. Oh Gott. What? 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 Was hat mir gerade eben Schaden gemacht? Keine Ahnung. Aber ich sollte noch mal kurz etwas essen. Gut, jetzt machen wir noch ein bisschen Geflügelfleisch. Genau, das ist auch gut. Das hält auch ziemlich lange. So, gut. Was wollte ich gerade eben sagen? Der Vampir. Ne, ich war gerade beschäftigt. Gerade wollte ich euch irgendetwas sagen und dann kam dieser Vatür hier reingerannt. Oder ich kam zum Vatüren reingerannt. Zum Teufel. Was sind das für Geräusche? Ein Vatür hört sich aber nicht so an. Hört sich eher an wie Spinnen oder sowas. Ekelhaft. Do you even Schlossknack, Bro? Ohne Witz. Wohl mittlerweile nicht mehr. Achso, ich weiß wieder, was ich sagen wollte. Ich probiere das aus, Stone. Und wenn das nicht funktionieren wird, dann verklage ich dich. Nein, ich habe doch gesagt. Oh Gott, das war doch nur ein Witz. Äh, ne? Hashtag. Äh. Hashtag. Hashtag. So. Ne, apropos. Oh, Einhandangriffe verursachen 7% mehr Schaden. Perfekt. Ich habe, ich vergesse immer wieder, dass man in Skyrim nur einen Ring tragen konnte. Das macht mich fertig. 7% mehr Schaden mit Einhandangriffen ist der perfekte Ring für mich. Nice. Wurde auch mal Zeit. Ich finde die ganze Zeit irgendwelche anderen Short-Ringe. Und was ist damit? Moment. Lieber vorsichtig buffen wir nochmal neu. Was ist hier? Ist hier doch nichts mehr? Oh, ich habe dich gehört. War es das? Oh, das war es? Echt jetzt? Will ich kurz gucken? Ach, guck mal, tatsächlich. Die Imkerei ist einfach so ein kleines Hütchen. Ein paar Zauberbücher und so weiter. Und ich bin hier am Anfang nicht reingegangen. Kann mir eigentlich irgendjemand sagen, was eigentlich hier los mit mir ist? Aufzeichnung des Wegelosen. Wegelosen Wanderers. Haben wir das schon mal eingesammelt? Brauchen wir das? Ich habe keine Ahnung. Klingt besonders. Aber mein Gehirn ist gelöscht. Das gelöschte Gehirn. Oh, Lederhelm. Arkan-Zorn. Jagd-Langbogen. Kann man verkaufen immerhin. Siehste mal. Siehste mal. Also ich hätte eigentlich jetzt gerne einfach nur so ein Sackgold. Einfach einen dicken, einfachen Sackgold. Gold. Und dann wäre ich schon glücklich. Okay. Enderallzeichen haben wir im Prinzip auch. Nicht nur im Prinzip, sondern das war halt direkt hinter der Hütte. Perfekt. Haben wir noch ein bisschen was aufgeräumt. Da haben wir noch mehr Wasserfälle, die wir auch kurz hier untersuchen können. Meine Watson-haften Fähigkeiten sagen mir, dass hier der Extra-Loot sein wird. Pass auf. Okay, okay. Aber hier der andere. Oh, da ist es. Oh, da ist es. Da kommt es. Ach, Dreck. Wirklich nicht? Nichts? Ach. Ja, meine hochdidaktischen Fähigkeiten sind auch nicht mehr das, was ich mal war. Ja. So, wo wollen wir jetzt lang? Pass auf. Schließe das? Ne, wenn ich hier lang gehe, dann gehe ich hier komplett raus. Lass erst mal gucken. Hier, ich gucke gerade auf den Kompass wieder. Da sind diese zwei Symbole auf der Karte. Ich bin mir nicht sicher, ob wir von hier aus das erreichen können. Ich glaube nämlich fast nein. Ich glaube, wir müssen hier oben, weißt du, von Grenze des Herzlandes Ritualplatz. Ich glaube, da war dieser verrückte Wald, wo wir das Aufnahmeritual gemacht haben in den Orden. Wir müssen von da aus. Hier gerade so an der Grenze oder so könnten die Sachen sein. Nicht erreichbar von hier aus. Ich meine, wir können natürlich Kugel gehen, aber... Ah ja, genau. Guck, jetzt hat sich auch gerade auf der Karte hier gemeldet. Auf der anderen Seite so Gebirge. Können wir da hoch? Sollen wir da hoch? Bergziegenskills activated. Ah ja, guck. Das zeigt mir genau hier auf die andere Seite von diesem riesigen Felsen. Und da hinten war der Kopfgeldort. Genau. Sehr gut. Irgendwas ist hinter mir her. Ich sehe wieder rote Punkte. Das klingt so, als ob ich irgendwie schwer auf den Schädel bekommen hätte. Anstatt, dass du Sternchen siehst. Ich sehe rote Punkte. Wer will schon wieder hier was? Wer will was? Hä? Ach so, Ratten. Wo kommt die denn her? Noch eine? Tatsächlich. Habe ich sie irgendwie aus einem Versteck im Felsen rausgelockt oder so? Kann immer mal passieren. Macht nix. So, dann wollen wir mal weitermachen. Weiter im Geschäft. Das Ding haben wir hier mitgenommen. Ich meine es ernst. Als ich gesagt habe, wir werden Enderal 100%. Jetzt, wo ich so das höre mit den Enderal-Zeichen, dass sie so gut versteckt sind. Ah, das könnte noch eine ganze Weile lang dauern. Ich könnte mir vorstellen, dass wir so einige Enderal-Zeichen-Hunting-Streams machen werden. Aber erst später. Erst wenn ich richtig hier High-Level bin mit der lieben Sanaa. Und dann werden wir mit ihr überall durchrushen und alles aufräumen. Ich müsste eigentlich noch so ein bisschen in Zauber irgendwas trainieren. Einfach damit ich dann auf einem hohen Level die ganzen Low-Level-Gebiete einfach niedersprayen kann mit irgendwelchen Zaubern. Obwohl, wenn ich alle One-Hitte mit einem Kolben, dann geht das auch. Das passt schon, gell? Das passt schon. So. Oh, und ich habe übrigens, ich habe heute gerade eine News gelesen, dass bald das nächste große Content-Update von Enderal kommt. Also nächste Woche oder so. Auf Twitter müsste ich das gelesen haben. Oh Gott. Dieses Kackvie... So. Jesus, Maria. Ach, guck mal. Meine Regeneration hält immer noch an. Dieser Hühnerschenkel, der haut ganz schön rein. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr gut. Okay, diese Hütte haben wir schon ausgeräumt. Da waren überall Banditen. Hoffentlich spawnen die nicht auch neu. So, gut. Dann nochmal einen Blick zurück. Genau, hier gibt es nichts mehr zu erkunden. Ich denke, dann haben wir offiziell diesen Bereich hier. Ich sag mal, bestimmt wird irgendjemand von euch wissen, dass da noch irgendwelche versteckten Enderal-Zeichen sind oder was auch immer. Aber so erkundungsruinenmäßig und so weiter haben wir das mehr oder weniger 100%et. Das ist ja auch schon mal ein Anfang. Und jetzt laufen wir einfach unsere weitere Route ab. Sehr gut. Speed Hacking. Hacke die Hackel. Ist hier sonst noch irgendwas? Hatte die Hütte überhaupt ein Enderal-Zeichen? Kann mich nicht erinnern. Ich glaube, nein. War ich schon hinter der Hütte? Hier mal speichern. Ich will nicht hier wieder nicht rauskommen können oder so. Leuchtet nichts auffällig. Rot. Gut. Ich will mir auch nichts brechen, während ich hier irgendwo hinten reinrenne. So. Und da kommen wir wieder in die eisigeren Geschwader. Ach ja, gute alte... Siehst du mal, ich werde jetzt schon bereits nostalgisch. Gute alte Jesper-Zeiten hier. Das war der erste Ausblick, den uns Jesper hier gezeigt hat. Ach. Auf Ark. Da hinten sehen wir es schon. Jetzt würde ich gerne hier oben auf dem Berg so einen Gleiter haben, wo ich einsteigen kann und dann einfach so runtergleiten. Direkt darüber in das Eingangstor. Oder an das Eingangstor heran wohl eher. In das Eingangstor. Das wäre ein bisschen schmerzhaft. Pumph. Au. Die Bergmann-Züte hatten wir auch. Da drin war auch ein Enderal-Zeichen. Genau, meine Freunde. Dann sind wir auch bis hierhin fertig. Auf der Karte sehe ich schon wieder Höhleneingänge, Burgeingänge. Aber das ist alles mehr so Richtung... Oh, das ist echt. Das ist Richtung Norden. Ne, das ist ja eher schon Richtung Osten. Das heißt hier... Ja, genau. Also, hier sehe ich gerade mega viele Eingänge. Perfekt. Dann, sobald wir hier rauskommen, dann aus diesem Schneigengebiet. Dann kommen wir genau in so ein richtig reich bevölkertes, eng bevölkertes Zeug mit wahnsinnig vielen Ruinen. Oh, hier auch. Guck mal, wenn ich weiter Richtung Westen gehe. Jawohl. Und Zwillingstürme. Hier haben wir den ersten Turm. Soweit ich weiß. Das müsste der erste sein, den ich einfach umgangen habe. Die Zwillingstürme habe ich nämlich, glaube ich, nicht gemacht. Ah ja, genau. Hier würde ich jetzt wieder so einen Bogen langlaufen. Darum sehe ich auf dem Kompost, da ist... Auf dem Kompost, da ist nix. Oh, guck mal. Hier ist ein Typ. Hier liegt ein Typ. Ich glaube, den habe ich das letzte Mal gar nicht gesehen. Siehste mal. Warte, ich will da eigentlich nicht nach unten, aber ich will kurz den Wasserfall checken. Ich glaube, da waren wir schon. Da war nämlich an dem Boot da, an dem einen Boot, dieser wahnsinnige Geist von irgendeinem Typen, der mit halbnackt mit Feuerbällen nach uns geschossen hat. Ja, siehste mal, den, von dem wir schon gehört haben, dass es welche geben wird. Da sind wir dem ersten schon mal direkt begegnet. So. Okay. Oh, guckt euch den Kompass an. Schaut euch das an. Ab hier, jetzt auf dem Kompass und dann, wenn ich hier rübergehe, guckt dir an, was es alles gibt. Oh, gefundenes Fressen für mich. Hier haben wir richtig krass viel Zeug jetzt zum Erkunden. Ah ne, siehste, die Zwillingstürme habe ich hier schon gemacht. Die haben wir in der Tasche. Aber das ist hier, das ist aber schon hinteres Herzland, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Aber hier haben wir ordentlich Stuff. Jetzt gehen wir aufräumen.